Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Traumpalast24, dem TV-Shop. Wir haben heute ein tolles Angebot für Sie, denn der neue Abspann ist da. Der Abspann ist das Kinomagazin der Traumpalast-Kinos und er ist von vorne ziemlich schön anzuschauen. Schauen Sie mal hier, diese Details sind unglaublich. Er ist von hinten sehr schön anzuschauen und er ist recht in der Mitte. Da sind alle Farben drin, alles was Sie brauchen, ganz toll zu lesen, super schön. Das Schönste ist aber der Preis, denn nur für Sie haben wir heute ein tolles Angebot. Statt 458,93 Euro gibt es den Abspann heute für, Achtung, 0 Euro. Wahnsinn, super. Das ist eine Ansage, das ist ein Angebot, das ist nur für Sie, liebe Kunden. So, jetzt werden Sie natürlich denken, 0 Euro, da kann doch nichts ordentliches drinstehen. Da steht ziemlich viel ordentliches drin. Und das wird Ihnen jetzt mal die Anja sagen, die ist nämlich unsere neue leitende Redakteurin. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank, vielen Dank, Caroline. Im neuen Abspann haben wir nicht nur die neuesten Filme für Sie zusammengesucht. Nein, 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 nein. Wir waren auch auf der Münchner Filmwoche. Darüber gibt es einen grandiosen Artikel, meine Zuschauer, den müssen Sie lesen. Wir haben viel gesehen und verraten Ihnen auch schon sehr viel über das Jahr 2018. Oh, das wird immer spannend. Sehr spannend, sehr spannend. Wir hatten auch wunderbare Sonderaktionen dieses Jahr in unseren Traumpalast-Kinos. Star Wars, Poetry Slams, es war alles dabei. Sie haben was verpasst, wenn Sie nicht dabei waren, meine Damen und Herren. Kommen Sie zur nächsten Aktion. Wir freuen uns, Sie bald begrüßen zu dürfen. Super Sache. Wenn Sie sich jetzt aber immer noch nicht so ganz sicher sind, ob der Abspann wirklich zu Ihnen passt, dann schauen Sie mal hier. An unserem wunderbaren Model Steffi sehen Sie, wie man den Abspann tragen kann. Er ist leicht zu tragen, liegt super in der Hand, ist eigentlich besser als jede Handtasche, würde ich sagen. Nicht auf der Haupte, doch. Also selbst im schwarzen Outfit, super. Wahnsinn. Damit kann man alles aufheppen. Das gehört auf jeden Fall zur aktuellen Frühjahrskollektion. Oder wenn Sie hier schauen, auch Männern steht der Abspann sehr gut. Man kann damit lässig einfach mal an der Theke lehnen, in der Bar, an der Bushaltestelle, egal. Überall. Wo man sich gerade aufhält, entspannt drin blättern. Das Schöne ist, man kann auch noch drüber hinweg gucken, im Gegensatz zu einer normalen Zeitung. Da sieht man noch, was um einen rum passiert. Das stimmt. Tolle Sache. Ja? Und jetzt habe ich noch ein absolutes Totschlag-Argument für Sie. Dann gucken Sie mal. Huch. Runtergefallen. Passiert schon mal ein Missgeschehen. Aber der Abspann ist immer noch ganz. Das ist der Wahnsinn, meine Damen und Herren. Oder noch lesen. Versuchen Sie das mal mit Ihrem E-Book-Reader oder Laptop. Das sieht aber ganz anders aus. Tja. Oder hier, gucken Sie mal. Wir haben noch eine kleine Studie für Sie vorbereitet. Vorher-Nachher-Vergleich. Ohne Abspann mit Abspann. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Unglaublich. Das müssen Sie ausprobieren. Auf jeden Fall. Also wir gehen uns gleich den Abspann direkt im Kino holen. Das sollten Sie auch machen. Er liegt ab sofort gratis aus. Und ja, wenn Sie schneller sind und ihn schneller holen, haben Sie mehr Zeit zum Lesen. Wir sehen uns beim nächsten Abspann wieder. Bis dahin. Viel Spaß beim Lesen. Tschüss. Musik 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 Musik